Was ist alles auf eine Karte, bleiben oder schreiben in Krieg und Krise? Damit verknüpft ist ja auch die Frage nach der Rolle von Autoren, der Aufgabe von Autoren. Das ist ein Thema, das wir gestern bereits mit einer unheimlich spannenden Diskussion mit Autoren aus Belarus und der Ukraine angesprochen haben und heute also daran anknüpfend ein mindestens genauso spannendes Panel. Mein Name ist Kilian Kirch-Gessner, ich bin Korrespondent in Prag und darf jetzt vor allem die Diskussionsteilnehmer vorstellen, die ein wenig sich unterscheiden von dem, was in der Ankündigung stand. Krankheitsbedingt haben wir da ein wenig umgruppieren müssen. Ich versuche das jetzt gerade alphabetisch zu sortieren und fange mit Jakob Ek hier an in der Mitte von uns. Er lebt in Warschau, ist Schriftsteller und Übersetzer, vielfach preisgekrönt und eine der prominentesten Stimmen der polnischen Literatur. Wir haben Wilfried Jilge, ein Mann mit unheimlich vielen spannenden Stationen im Rahmen der Osteuropakunde. Er ist Osteuropahistoriker, forschte schon früh zur post-sowjetischen Ukraine und ist Mitglied der Steuerungsgruppe der ukrainisch-deutschen NGO-Plattform Kiewer Gespräche. Außerdem ist er beim Auswärtigen Amt auf der sogenannten Stabilisierungsplattform ein wichtiger Berater für die Ukraine und die Schwarzmeerregionen. Und last but not least Natalkas Niedanko, ukrainische Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin. Sie hat elf Prosa-Bände veröffentlicht, arbeitet als Journalistin unter anderem für die Deutsche Welle und die Süddeutsche Zeitung und ist derzeit hier in Leipzig mit einer Promotion befasst. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Sniadanko, wir fangen mit Ihnen direkt an. Dieses Thema bleiben oder schreiben, bleiben oder gehen, wie intensiv diskutieren Sie das unter ukrainischen Schriftstellern? Danke für die Vorstellung, für die Einladung, für dieses spannende Thema und vor allem, dass die Ukraine nicht vergessen wird, nicht alleine gelassen wird. Das Mindeste, was wir können, ist darüber zu diskutieren und das Meiste, was wir können, ist darüber zu kämpfen. Aber manchmal ist das Diskutieren auch kämpfen. Es ist die Frage, wie man das macht, mit wem man das macht und wie schafft man Klarheit in unserer Welt der Postwahrheit, wo alles sehr, sehr verschwommen ist und oft so gemacht wird. Es ist gar keine Frage in der Ukraine, dass man nicht nur kämpfen muss, das heißt mit Waffen kämpfen muss, sondern dass man über die Nachhaltigkeit nachdenkt und vor allem in der Nachhaltigkeit der Kultur und des Bildes der Ukraine in der Welt. Man weiß leider immer noch sehr wenig über die Ukraine und wenn dann nur die aktuellen Nachrichten, wenn man weiter darüber diskutieren will, über die Kultur, über die Geschichte, selbst über den Alltag. Das Wissen ist sehr, nur bei engen Gruppen da, ansonsten eigentlich nicht vorhanden oder so gut wie nicht vorhanden. Und ich denke, unsere Aufgabe als Intellektueller, als Journalist, als Schriftsteller ist an der ersten Linie über dieses Verbreiten des Wissensorgen in jeweiligen Formen, in Artikeln, in Diskussionen wie diese, in Büchern, am besten natürlich in Büchern, weil das ist die Schwachstelle immer noch gewesen und es bleibt leider so. Es gibt sehr viele Events zur Ukraine seit 2022 zumindest, aber immer noch sehr wenige Übersetzungen. Und das betrifft nicht nur Literatur, das betrifft auch Sachbücher, das betrifft auch Zeitungsartikel, die immer noch nicht rüberkommen und nicht immer und nicht die Wichtigsten. Und diesen Informationenmangel ständig zu vervollständigen, das ist die Aufgabe von Intellektuellen, vor allem ukrainischen Intellektuellen. Aber wir sind natürlich dankbar für ihre Unterstützung. Ein bisschen angeklungen ist ja die Frage nach dem Bleiben oder Gehen. Ich möchte an der Stelle vielleicht gern mit Ihnen, Herr Eck, hier eine historische Parallele ziehen. Mit meinem tschechischen Hintergrund fällt mir bei dieser Frage Bleiben oder Gehen natürlich vor allem Josef Skvorecki ein, der ein fantastisches Werk der Exilliteratur in Toronto aufgebaut hat vor 1989 und so eine Art Sammelbecken dargestellt hat, auch für viele Literaten, die ins Exil gegangen sind. Sie selbst waren 1989 ja noch zu jung, um aktiv in der Literaturszene verankert gewesen zu sein. Aber wie haben Sie auch im Nachgang diese Debatte mitbekommen, zu gehen oder zu bleiben während der Zeit der Repression? Ja, also was ich selbst schon bewusst beobachten konnte, das war die sehr bedrückende Zeit des Kriegsrechts, das im Dezember 1981 verhängt wurde und die späteren Jahre. Ja, ob es dann die Debatte gab, also ob dann der Sinn der jeweiligen Entscheidungen der Intellektuellen, der Autoren infrage gestellt wurde, diskutiert wurde, das habe ich nicht in Erinnerung. Also es kam einem wahrscheinlich genauso sinnvoll vor, dass man emigriert, wie dass man bleibt. Also in der Emigration waren viele der führenden Prosaisten und Schriftsteller. Manche waren etwa geblieben, während sie von dem Kriegsrecht angetroffen wurden, die anderen konnten irgendwie hinaus. Also das war auch so eine Sache, inwieweit man damals reisen durfte. Noch eine andere Geschichte, aber das würde zu weit führen, wenn ich das umfangreich erwähnen würde. war die Entscheidung gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, denn dann war das stalinische Regime so repressiv, dass man eigentlich nicht, überhaupt nicht im Inland literarisch, intellektuell aktiv sein konnte, ohne zu lügen und ohne das Lügen an dem Lügengebäude mitzubauen, dann war Emigration in diesem Sinne sinnvoller. Aber das war auch kompliziert, das sage ich nur in einem Satz, denn unter den Intellektuellen gab es die Überzeugung, man sollte bleiben, vor Ort sein und irgendwie etwas dagegen tun. Das ist das sehr bekannte Bild von Czeslaw Miłosz aus seinem moralischen Traktat. Die Lawine ändert ihren Lauf, je nachdem, über welche Steine sie läuft. Also das war bei uns über all diese Jahre, glaube ich, nie eindeutig. Je nachdem vielleicht, wie das Ergebnis war. Wir haben ja insofern einen etwas schiefen und hinkenden Vergleich, weil natürlich in den sowjetischen Einflussbereichen es eine Frage der Freiheit gewesen ist. In der Ukraine ist es ja keine Frage der Freiheit zu bleiben oder zu gehen, sondern eine Frage der Sicherheit. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner ist ja, hat man den Raum, hat man die innere Freiheit, die innere Luft, um Literatur zu schaffen. Insofern sind da dann doch diese beiden Situationen zumindest einigermaßen vergleichbar möglicherweise. Herr Jilge, als Osteuropahistoriker kennen Sie natürlich die Geschichte des tschechischen Philosophen Jan Patoczka, der in der Ausschreibung auch zur heutigen Veranstaltung ganz prominent mit erwähnt ist, der sich weigerte, ins Exil zu gehen, um eben vor Ort zu sein, um eben vor Ort Einfluss zu nehmen, soweit es einem Intellektuellen möglich ist. Ist die Situation vor 1989 vergleichbar mit dem, wie intellektuell heute unter Druck geraten? In der Ukraine, in der Kriegssituation, aber wir können ja durchaus auch den Blick weiten auf Belarus, möglicherweise auch auf Russland, auf oppositionelle Literaten. Ja, ich denke, vergleichbar ist es vielleicht in der Tat mit der Situation in Belarus oder Russland, wo es einfach kaum noch möglich ist, auch im Bereich Literatur, Kultur irgendetwas zu machen, was nicht der konformistischen Linie entspricht und was schlicht und ergreifend lebensbedrohlich ist. Und das ist eine schleichende Situation gewesen, die jetzt eskaliert ist. Ich glaube, der Unterschied auch zur Ukraine ist, dass sich auch Schriftsteller, Intellektuelle, die Zivilgesellschaft sehr früh gegen solche Tendenzen gewehrt haben, und zwar nicht erst, als es gar nicht mehr ging oder als es offensichtlich wurde. Ich erinnere an die Orangene Revolution, die schon für mich sehr wichtig war damals und wo Schriftsteller und Künstler eine ganz wichtige Rolle spielten. Ich erinnere mich auch noch als Student, der auf die Krim fuhr, an die Revolution auf Granit, als junge Studenten, aber auch gerade Literaten, die noch aus der spätsowjetischen Phase kamen, ganz wichtig waren, um sozusagen gefährlichen Tendenzen etwas entgegenzusetzen. Das heißt, es ist natürlich immer eine konkrete Situation und die eigentliche Entscheidung, ob jemand bleibt oder nicht, in solchen Extremsituationen, die will ich nicht beurteilen. Was für mich viel wichtiger ist, als diejenigen, die wir hier sind, was wir daraus machen, wenn jetzt Leute wie Frau Sniadanko bei uns sind. Ja, also das ist viel entscheidender und es ist ja super, dass sie eben hier auch integriert sind und bei der Süddeutschen zum Beispiel Sachen machen, das finde ich ganz wichtig. Aber ich finde, wir tun viel zu wenig mit dem Potenzial der Diaspora, die hier ist. Es ist zu wenig Breite da drin, wo wir das einfach nutzen jetzt, diese große Gelegenheit auch für die deutsch-ukrainischen Beziehungen und die große Gelegenheit, dass solche intellektuellen Köpfe hier zur Klärung bei der herrschenden Verwirrung der Geister über diesen Krieg etwas beitragen. Ich finde, da müssen wir noch mehr arbeiten. Für mich persönlich ist eher das Problem jetzt als Berater, dass ich gerne öfters in die Ukraine wollte, aber aufgrund der Sicherheitsbeschränkungen an meinem Arbeitsplatz alles so kompliziert ist, dass es sehr, sehr schwer möglich ist und das ist zum Beispiel auch ein extremes Problem, weil die Ukraine vor so komplexen Herausforderungen bei der militärischen Unterstützung, bei den Reformen, beim EU-Beitritt ist. Das geht eigentlich nur in bilateralen und im direkten Gespräch und Austausch. Auch das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass Deutschland vielleicht manchmal auch etwas offensiver auf die Dinge kommt. Was wir bei diesen Eingangsstatements jetzt herausgehört haben, was ich herausgehört habe, sind im Prinzip zwei Aspekte, auf die wir jetzt in der Diskussion sicherlich noch eingehen werden. Das eine ist die politische Dimension, das war sie mit dem Einfluss der Diaspora benannt haben, das war sie mit der Nachhaltigkeit von Kultur bezeichnet haben und das zweite ist die Autorenperspektive, der Blick der Intellektuellen, der Blick der Kulturschaffenden, die vor diesen schwierigen Fragen stehen, wo eigentlich ihr Platz ist, wo sie den größten Einfluss geltend machen können auf das, was passiert. Frau Snia-Danko, in welcher Art und Weise hat der Krieg ihre Arbeit als Literatin verändert? Hat es die Themen verändert? Hat es die Zielgruppe verändert? Die Zielsetzung, mit der Sie schreiben? Ich war das letzte Mal hier auf dem Podium in Leipzig 2004 im März. Das war ein größeres Projekt, das Martin Pollack, ein bekannter Literat und Übersetzer, hier in Leipzig geleitet hat. Und das sollte dazu führen, dass die osteuropäischen Kulturen, Literaturen aus Belarus, Ukraine, Polen etwas ausführlicher vorgestellt werden, hier in Deutschland. Als ich nach Hause fuhr, las ich in der E-Bahn die Nachricht über die Annexion von Krim. Und was die ganze Zeit zwischen diese 2014 und jetzt passiert ist, was mich am meisten gewundert hat, das war natürlich die fehlende Reaktion. Natürlich nicht von allen, aber von sehr vielen intellektuellen, einflussreichen Medien. Das passierte so selbstverständlich, als ob man irgendwie schon jahrelang darauf gewartet hatte. Wann wird Krim endlich mal annektiert? Und das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich die logische Folge von dieser Ignoranz, von diesem Versteckspiel, wo man sagte, okay, wenn wir jetzt nicht reagieren, vielleicht wird sich das an diesem Punkt beendet. Und man dachte nicht daran, was in Tschetschenien passiert ist, was in Georgien passiert ist, was in vielen anderen Orten passiert ist und was noch in vielen weiteren Orten passieren wird, wenn wir weiter so reagieren. Und das ist jetzt nicht die Frage der fehlenden Solidarität mit der Ukraine, sondern das ist die Frage der fehlenden Tagesordnung. Was machen wir damit? Wie verhindern wir den Krieg, der jetzt in Leipzig sein wird nächstes Jahr? Das ist absolut möglich. Und das ist genauso jetzt kein Thema wie damals die Annexion von Krim. Und diese zwei Parallelen beängstigen mich, weil ich fühle mich wie im falschen Film. Wir sitzen hier wieder an diesem schönen Tisch und diskutieren so, als ob es irgendwo im Weltall passiert. Aber das sind acht Stunden, acht Autostunden von hier. Und so passiv weiter vor sich hin zu vegetieren, das können wir uns nicht leisten. Die Ukrainer können sich das schon jahrelang nicht mehr leisten, aber das ist nur temporär, solange wir diese Buffer-Zone sind und solange wir noch schaffen, diese Buffer-Zone zu sein. Und das ist jetzt die Frage, die man diskutieren soll. Und das ist wieder die Frage der kulturellen Verständlichkeit, dass man das alles auch verständlich macht, nicht nur im intellektuellen Kreis, wo man das schon längst weiß, sondern weiterbringt. Wie macht man das? Welche Institutionen braucht man dazu? Welche Programme braucht man dazu? Zum Beispiel, was mich wundert, nach den balkanischen Kriegen wurde das Programm Traduki gegründet, das Literaturen aus diesem Raum in europäische Sprachen übersetzt. Es gibt kein ähnliches Programm für Osteuropa. Es gibt natürlich polnisches Institut, das sehr viel leistet. Es gibt ukrainisches Institut, aber das ist viel zu wenig. Das sind exemplarische Bücher, die seit 2014 erschienen sind. Man braucht mindestens hundertmal so, damit es tatsächlich wirkt. Solche Luken müssen wir schließen. Wir können jetzt leider nicht Waffen verkaufen, aber wir können zumindest darüber wiederholt sagen, wir brauchen solche Initiativen, wir brauchen mehr Wissen. Und Wissen kommt mit Büchern, nicht nur mit Fernsehsendungen. Das ist einfach viel zu kurzfristig. Nicht mit Radiosendungen, das ist auch gut, aber auch viel zu kurzfristig. Auch nicht mit Zeitungen, weil das geht auch sehr schnell vorbei. Nur fundiertes Wissen, das tatsächlich überall in den Buchhandlungen selbstverständlich liegt, kann das stoppen irgendwann. Ich bleibe noch einen Moment bei Ihnen mit der Frage, wie der Krieg innerhalb der Ukraine die Literaten oder die Welt der Literaten verändert hat. Hat das zusammengeschweißt? Ist das sozusagen eine gemeinsame Mission, die daraus entstanden ist, genau in dem Sinne, wie Sie das gerade skizziert haben? Also eigentlich hat sich wenig verändert. Wir lebten in diesem Kriegszustand, seit Ukraine unabhängig geworden ist, weil ukrainische Intellektuelle oder Schriftsteller zu sein, bedeutete immer im Ghetto zu sein. Wir waren in einem eigenen Land, aber die Publikationen auf ukrainisch waren sehr, sehr schwierig. Und sie sind immer noch sehr, sehr schwierig. Wir sind überschwemmt immer noch von Literatur, die aus Russland einfließt, obwohl das mittlerweile nicht mehr so einfach ist. Wir sind mit der Propaganda überschwemmt. Das kulturelle Produkt von ukrainischen Intellektuellen war immer eigentlich Widerstandsarbeit. Und wir sind eigentlich als solche Widerstandsgruppe aufgewachsen seit 90er Jahren und wir machen einfach weiter. Das ist jetzt nichts Neues. Ja, es ist natürlich, die Gefahr ist größer, die Situation ist akuter, aber das, was wir machen, ist eigentlich immer so gewesen. Wir sind wie die Kaufagenten von Tür zu Tür gegangen und gesagt, ja, lies mal das Buch, es gibt noch diesen Buch, kennst du diesen Autor? Und das ist diese Arbeit, die seit Jahren eigentlich zu diesen wenigen Schritten geführt hat. Ja, kann ich dazu nichts sagen. Noch die Frage, ob man geht oder bleibt. Ich glaube, das ist insofern nicht relevant für ukrainische Schriftsteller, weil fast alle seit mindestens zwei Jahren irgendwo in Flugzeugen, Zügen und Autobussen leben. Man ist kaum irgendwo angekommen. Man fährt von einer Veranstaltung zur anderen, von einem Ort zum anderen. Das ist irgendwie ständige Bewegung. Selbst diejenigen, die als ob im Lande sind, die sind ständig unterwegs, die sind ständig beschäftigt. Das ist jetzt kein Leben zum Schreiben. Das ist etwas, was ich sehr intensiv auch von der gestrigen Veranstaltung mitgenommen habe. Nach innen hinein, ins eigene Land hinein, der Bedarf nach Literatur, der Bedarf, das Ausgehungertsein dafür, dass man zumindest die Kultur hat als etwas, was in der Zeit der Unmenschlichkeit die Kultur, die Menschlichkeit sozusagen bewahrt. Das kam gestern in der Diskussion sehr deutlich herüber und ist die Funktion von Literatur im Land. Und dann gibt es die zweite Funktion, diese nach außen hin wirken, das, was Sie jetzt gerade sehr deutlich geschildert haben. Insofern haben wir da ja die Doppelfunktion, wie Literatur hilfreich sein kann. Herr Ekkie, Sie haben so fleißig mitgeschrieben gerade, dass ich den Eindruck hatte, es zuckt Ihnen in den Fingern unmittelbar darauf zu reagieren, was Ihre Kollegin gerade sagte. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Also ich kann nichts dazu hinzufügen, was Natalka über die Situation des ukrainischen Buchmarktes, des Kulturbetriebes und der ukrainischen Autoren und Autorinnen gesagt hat. Ich würde vielleicht sagen, was ich doch ein bisschen unterschiedlich vielleicht als andere hier für eine Aufgabe der Schriftsteller halte. Und was ich in Polen auch vermisse, ganz besonders in Bezug auf die innenpolitische Entwicklung bei uns, die ja ganz eine neue Wendung angenommen hat, aber die nach wie vor alles andere als einfach ist. Und zwar, ich glaube, man soll nicht das Potenzial der Autorinnen und Autoren als Publizisten und als Stimmen, die sie zu den öffentlichen Dingen äußern, unterschätzen. Das vermisse ich bei uns relativ, mehr oder weniger. Und ich glaube doch, die Autoren sind, die haben eine ganz besondere Rolle zu erfüllen, indem eine Autorin, ein Autor mit welcher Ausbildung auch immer, mit welchem Hintergrund an Beruf, Studienabschluss und so weiter auch immer, ein Autor, eine Autorin ist immer eine Art Vermittler, Vermittlerin zwischen Geisteswissenschaft und Öffentlichkeit, Psychologie und Öffentlichkeit, Sprachkritik, Sprachbewusstsein, Sprachbeobachtung und Öffentlichkeit. Eine Autorin, ein Autor, ein ganz besonders vielleicht, gilt es für die Erzähler, kennt normalerweise die Weltgeschichte besser als ein einfacher Sterblicher. Wir sind Leute, die zwischen verschiedenen sozusagen festen wissenschaftlichen Gebieten stehen und wir können viele Inhalte und Meinungen vermitteln, wir können Stellung nehmen und wir können, das ist vielleicht die Hauptaufgabe von uns. Ich würde sagen, in der kurzfristigen Dimension, sogar größer als Bücher schreiben, das ist dem, ja, ich wage das Wort, dem Bösen in der Sprache und in der Gedankenwelt entgegenarbeiten. Den Fakes, den Klischees, den Halbwahrheiten der Sprachmanipulation. Wir sind vielleicht besonders dazu berufen, immer wieder von vorne an der Öffentlichkeit der eigenen Bevölkerung und vielleicht nicht nur der eigenen zu klären. Wenn sich die internationale Öffentlichkeit und Politik über die Invasion der Ukraine empört, das ist nicht Russophobie, sondern das ist die Verurteilung der Unmenschlichkeit. Wenn die Ukraine, die, Entschuldigung, im Gegensatz, wenn die ungarischen Politiker sagen, sie sind auf der Seite des Friedens, indem sie Russland unterstützen, dann sind wir dazu berufen, Nein zu sagen, das stimmt nicht, das ist Lüge, das ist Halbwahrheit. Weil, wenn am 24. Februar 2022, habe ich ein paar Stunden nach der Nachricht über die Invasion, die ich früh morgens gelesen habe, einen Artikel in der Tageszeitung Judge Bospolita schreiben können, veröffentlichen können, über eine scheinbar kleine Sache. Das war ein Protest dagegen, dass man schon im Vorfeld dieser Invasion, mit der man schon mehr oder weniger über Wochen rechnete, dass man von einem Konflikt sprach. Also, ich nannte, das darf man nicht, denn man stellt Täter und Opfer auf dasselbe Niveau. Und was beobachte ich? Zwei Jahre sind vorbei und ich lese dutzende Male am Tag über einen Konflikt. Also, ich glaube, wir können in dieser Hinsicht nicht viel bewirken. Das ist leider, leider habe ich, täusche ich mich darüber nicht. Ich war entsetzt, als ich lesen konnte über die amerikanische Präsidentschaftswahl, welche den entscheidenden Einfluss auf die internationale Entwicklung haben kann. Bei der Wahl wollen sich 18% der amerikanischen Wähler nach der Meinung von Taylor Swift richten. Das war absolut entsetzlich. Wir bewirken nicht so viel wie Taylor Swift, aber trotzdem haben wir eine Menge zu tun. Und darauf würde ich bestehen, auch deshalb, weil meine Perspektive als polnischer Autor und Leser der polnischen Literatur, diese Perspektive zeigt mir, dass Werke, die wirklich dann von Bestand sind, die brauchen Zeit. Dazu gibt es Zeit. Sie haben von der Scharnierfunktion der Literatur gesprochen. Ja, bitte. Von der Scharnierfunktion, die Vermittlerfunktion. Und das hat ja noch eine weitere Vermittlerfunktion, nämlich die zwischen Gesellschaft und Politik. Und in der Vergangenheit war es ja so, jetzt gehe ich wieder zurück in die Zeit vor 1989, dass Literaten vielfach Vordenker gewesen sind von politischen Entwicklungen oder von Entwicklungen, die anschließend Jahre später in der Politik stattgefunden haben. Der Descent war ja im Wesentlichen auch eine intellektuelle Bewegung, eine Bewegung mit sehr vielen Schriftstellern an der Spitze, die da unheimlich viel bewegt haben. Herr Jilge, auch da die Parallele zur heutigen Zeit, was können uns heute die Schriftsteller auch als Vordenker der Politik gewissermaßen ins Stammbuch schreiben? Also ich würde da direkt anschließen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben und hinzufügen, dass es ja einschlägige Literatur aus der Ukraine gegeben hat, die sehr scharf und analytisch sehr fein vorhergesehen hat, was passiert. Die ausgezeichnet wurde mit Prämien auf der Leipziger Buchmesse, die an prominenten Stellen erschienen ist, aber trotzdem nicht gehört wurde. Und das ist für mich eigentlich das eigentliche Problem. Also Juri Androchowitsch hat beispielsweise 2009 gesagt, und das rekurriert auf das, Frau Sniadanko gesagt hat, dass dieser Prozess schon viel länger da ist mit dem Widerstand, dass die Ukraine souverän bestehen wird, aber sie wird einen hohen Blutzoll zahlen wegen Russland. Und wenn Sie sich seine Essays anschauen bis heute, dann ist das ein Kaleidoskop der Eskalation. Und zwar schon vor 2014, wo Russland bereits über Proxygroups, über auch kulturelle Verbände und Organisationen, die von Moskau finanziert wurden, unter dem Ruprum der von uns auch häufig naiv betrachteten auswärtigen Kulturpolitik, sozusagen die russische Welt verbreitet hat und eben genau das gemacht, versucht hat, was Frau Sniadanko sagt, zu verhindern, dass sich eine eigenständige ukrainische Nation tatsächlich entwickelt. Und für mich ist eigentlich eher die Frage, warum haben wir uns das nicht angehört? Warum haben wir, wenn Juri Androhowitsch oder Herr Jardin oder Frau Sniadanko uns erklärt haben, dass es für die Ukrainer natürlich selbstverständlich nur eine Wahl geben kann, nämlich, dass man in die EU will, weil man eben nicht zu diesen Mafiastaaten Russlands selbst und seiner Verbündeten gehören will. Und zwar gerade aus einer Erfahrung in Mitteleuropa, der Vielfalt, der kulturellen Vielfalt heraus, nicht zu etwas gehören will, was diesem allen keinen Platz lässt. Und das lässt in mir die Frage aufkommen, was muss geschehen? An welchen Stellen müssen diese Botschaften besser postiert werden, damit sie in unserer Zeit von sozialen Medien auch überhaupt noch Gehör finden? Weil für mich war das zum Beispiel immer ein wichtiger Indikator zu gucken, was wurde da geschrieben? Und dann für mich als Historiker oder Politologe zu überprüfen, was ist da tatsächlich, was kommt da hoch? Und das hängt auch mit dieser Sprachkompetenz zusammen. Nämlich das Gefühl zu haben, wenn in den gesellschaftlichen Diskurs irgendetwas reinkommt, was eigentlich nicht von innen entstanden ist, sondern wo eine bestimmte Strategie dahinter steht. Und ich glaube einfach, dass wir möglicherweise auch sogar im Kalten Krieg diese Kompetenzen mal mehr hatten als heute. Ich erinnere auch daran, dass das auch in Deutschland noch in den 90er Jahren anders war. Denken Sie daran, dass die deutsche Bundesregierung und die Opposition damals auf den Hitler-Stalin-Pakt rekurriert haben, als sie gesagt haben, wir müssen Zug um Zug Ost-Mitteleuropa, die Ost-Mitteleuropäischen Staaten in diese Bündnisse integrieren. Und da wäre für mich die zweite Frage, was ist hier passiert, dass wir solche Botschaften, selbst wenn sie an prominentester Stelle ausgezeichnet wurden, dann irgendwie trotzdem überhören und am nächsten Tag gehen wir zur Tagesordnung über. Wir sind sehr auf der analytischen Ebene gelandet, von dem, was Literatur machen kann und bewirken kann oder eben auch nicht bewirkt, trotz aller Intensität. Frau Sniadalko, was beschäftigt ganz konkret Sie in der aktuellen Zeit literarisch? Wirkt das wie eine Eruption, dass Sie arbeiten möchten, arbeiten müssen, dass Sie zu Papier bringen müssen, was da passiert? Oder wirkt es eher so schockierend, dass eine Schreibhemmung entsteht? Wie wirkt sich das auf Ihr Schaffen aus? Beides. Am Anfang musste ich schreiben, aber ich konnte nicht. Und mit der Zeit kann ich immer noch nicht, aber ich muss weiter. Und das ist jetzt nicht nur das, was ich schreiben will, sondern auch tatsächlich Tagesbedarf. Und ich sage immer noch sehr selten ab, wenn ich um eine Kolumne gebeten werde, um ein Interview, obwohl das viel zu viel wird, obwohl das sehr schwierig ist, obwohl das oft viel zu persönlich ist, aber das ist ein Teil der Arbeit. Man ist nicht privat unterwegs. Man muss in dieser Zeit sich politisch engagieren. Anders geht es nicht. Eigentlich in jeder Zeit geht es anders nicht. Und ich wollte noch direkt anknüpfen an das, was Sie gesagt haben, über den Stand von deutschen Intellektuellen in Zeiten von Kalten Krieg. Ich war sehr verwundert, als ich in Mabach im Literaturarchiv die Briefe, eigentlich nicht die Briefe, nur die Briefumschläge gefunden hatte, die Sarah Kirsch an Vassel Stuss geschickt hatte. Sie sind wahrscheinlich nie angekommen in diesem sibirischen Lager. Vassel Stuss war ein ukrainischer Dissident, ein bekannter Lyriker, der in den 80er Jahren schon kurz vor der Zerfall der Sowjetunion in diesem sibirischen Lager ermordet wurde, weil er zum Nobelpreis nominiert wurde, angeblich. Und ich fand da nicht nur diese Umschläge von den Briefen, sondern auch die Berichte von Amnesty International, die schon in den 80er Jahren ziemlich genau Bescheid wussten über den Skandal mit Vassel Stuss und Viktor Medvedchuk, das erst jetzt in der Ukraine bekannt geworden ist, weil wir keinen Zugang an die Archiven hatten. Und hier wusste man das alles. Und da gab es sogar mehr Details, als jetzt in der ukrainischen Presse über diesen Fall bekannt ist. Und der Fall war, dass Vassel Stuss an seinem Prozess von einem sehr bekannten, berüchtigten ukrainischen Oligarchen, jetzigen Oligarchen und damals dem Anwalt, verteidigt werden musste. Und das war der einzige Fall in der Geschichte, wo der Anwalt die höhere Strafe verlangte als der Richter. Und das wusste man lange Zeit nicht. Das war alles in den Archiven verschollen. Und Sarah Kirsch wusste darüber Bescheid. Sie hat alle Briefe verfolgt, gelesen, beschrieben, wirklich sehr, sehr, sehr genau. Und diese Geschichte ist auch in Deutschland verschollen. Ich habe darüber nie gelesen. Das zeigt einfach nur das eine. Wir sind noch nicht dekolonisiert. Wir bleiben immer noch russische Kolonie in der Wahrnehmung von Europa. Es wird immer noch über Ukraine aus der Sicht von Moskau berichtet. Sehr lange Zeit noch zur Orangen Revolution und auch später hatten die größten deutschen Zeitungen und Fernseher ihre Korrespondenten für Ukraine entweder in Moskau oder bestenfalls in Warschau sitzen. Erst nach 2004 kamen einige nach Kiew. Ohne Sprachkenntnisse, ohne Vorkenntnisse. Das waren wirklich Menschen, die einfach ins heiße Brei geworfen waren und die waren oft hilflos. Und das zeigt nur, wie stark wir von dieser russischen Propaganda betroffen sind, weil diese Leerstelle, die aus der Ukraine gemacht worden ist, ist tatsächlich gemacht worden. Das ist ein Teil der Strategie. Das ist nicht nur das Mangel der Wissen oder irgendwie ist das so passiert, dass man so wenig darüber weiß. Das ist tatsächlich eine sehr bewusste Strategie, die seit sowjetischer Zeit immer noch weiter betrieben wird. Und man muss sich darüber klar werden. Dekolonisieren, das ist das einzige Wort und die einzige Strategie. Aus der Ukraine ist eine Leerstelle gemacht worden, ein sehr schöner, ein sehr prägnanter Satz. Sie beide haben sich gemeldet und möchten direkt darauf reagieren. Sie haben das Mikrofon schon in der Hand. Ja, ich wollte nur ein kurzes Beispiel dafür anführen, was Natalka gesagt hat, also dass die Wahrnehmungsmuster der Ukraine anhalten. Ich war noch nicht als Publizist tätig, als ich 2014 meine erste öffentliche Äußerung in eine Zeitung brachte. Das betraf eine Äußerung, die uns vielleicht an das berühmte Wort von Marine Le Pen erinnern kann. Man kann noch so viel sagen und meinen, was man will, aber die Ukraine ist ja die russische Einflusszone. Dass die Ukraine Halt die russische Einflusszone ist, hat im Tone einer Selbstverständlichkeit ein Publizist der Welt eines der deutschen Meinungsblätter gesagt. Das war 2014. Ich habe dagegen protestiert und ich glaube, die haben das auch gedruckt. Ich war schon darüber befriedigt, obwohl wahrscheinlich deshalb, weil ich da Mittel und Wege hatte, ausgerechnet zu der Welt. Auf jeden Fall zeigt es, dass solche Dinge im sogenannten Mainstream keinen Skandal sozusagen von Amts Wegen hervorrufen. Also, das ist ein gutes Stichwort, aber ich erspare mir jetzt, bekannte Namen zu zitieren. Ich nenne nur Helmut Schmidt weniger Jahre vor seinem Tod, als er im Grunde genommen gesagt hat, dass die Ukraine schon deswegen, weil sie die Zeit der Aufklärung angeblich nie erlebt hätte, ja eigentlich keine volle Nation ist. Also, das ist auch von Gurus, der Altersweisheit verkündet wurden, die ja immer sehr angesehen waren. Was ich vielleicht hier noch dazu sagen will, weil ich mache es noch mal konkreter, weil ich das auch in der Wissenschaft erfahren musste, es gab ja ein Stereotyp und das ist ganz bewusst konstruiert worden von den Ideologen der russischen Welt, die diese Ideologie übrigens seit Ende der 90er-Jahre bereits vor Putin in einer großen intellektuellen und Polittechnologen Gruppe ausgedacht haben, das kann man alles sehr genau nachvollziehen und die immer wieder gesagt haben, also es gibt eine russischsprachige pan-ost-slawische orthodoxe Südost-Ukraine und eine Nordwest-Ukraine, die nur Ukraine sprechen will und in die NATO will, das ist uns ja geradezu eingetrichtert worden und wenn man das in Frage gestellt hat und gesagt hat, auch der Donbass zum Beispiel entzieht sich diesen Kategorien, weil die MEND übrigens hat sich da sowieso viel bewegt, was wir gar nicht mitbekommen haben, nur sind diese Bewegungen 2014 in Teilen des Donbass dann brutal vertrieben worden, dann ist man belächelt worden und man konnte da noch so viele Umfragen, noch so viele Fokusgruppen Untersuchungen, man konnte auch darauf hinweisen in Wahlergebnissen, dass beispielsweise in der Südukraine pro-russische Akteure wie Janukowitsch fast gar keine Mehrheit mehr hatten, also dass ich lange vor Putin, und jetzt kommt das auf was ich hinaus will, eine sehr belebte ukrainische Nationsbildung, die komplex war, die widersprüchlich war, wie kann es anders sein in einem Land, das sozusagen gleichzeitig alles mögliche bewältigen muss, aber die man erst wahrgenommen hat, als der Krieg kam und was ich jetzt besonders problematisch finde, wenn ich höre, dass ja Putin jetzt die ukrainische Nation konsolidiert hätte, also selbst jetzt, wo es dann vielen irgendwie auch aufgeht, dass es so was wie die Ukraine gibt, ist Putin weiterhin irgendwie die Ursache dafür, der das angestoßen hat und ich halte das für eine ganz wichtige Sache, dass eben diese Prozesse sehr aktiv, vor allem schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre angefangen haben, nur haben wir sie auch nicht richtig ernst genommen oder es war uns schlicht und ergreifend lästig, dann war da eben auch noch dieser Kutschmer, der dieses Oligarchensystem etabliert hatte, was übrigens auch einiges mit russischem Einfluss zu tun hat und man hat eben auch hier sich die Sachen schön geredet und vor allem hat man in mehrerer Hinsicht eben diesen kolonialen Approach wiederholt und zwar einerseits indem man nicht gesehen hat, was da mit der Ukraine passiert, auch schon seit den 30er Jahren, seit sowjetischen Zeiten und andererseits wenn sie in Handbücher, politische Handbücher gucken und das Stichwort Kolonialismus aufmachen, dann finden sie auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung über Russland als Kolonialmacht, das ist ja nicht nur die Ukraine, denken sie an Zentralasien, finden sie nichts. Also als ob es irgendwie legitim ist, wenn eine Landmacht, wenn sie jetzt nicht Überseekolonien gründet, aber es ist völlig normal, dass sie eben auf koloniale Weise sich sonst ausdehnt und das fand ich immer sehr bemerkenswert. Wir haben eindrucksvoll von Ihnen gehört, wie Sie viele Einladungen annehmen, Essays zu schreiben, Auftritte zu geben, Interviews zu geben, um hier in Deutschland aufmerksam zu machen, auf das, was in der Ukraine passiert. Was wir eingangs gehört haben, dass es ja auch die Rolle der Literaten gibt innerhalb eines Landes, innerhalb der Ukraine. Das ist das möglicherweise, was gemeint sein könnte mit dem, was in der Einladung zu dieser Veranstaltung so träumerisch heißt, haben wir noch Zeit und Raum für Utopien möglicherweise. Wir sind jetzt auf dem harten Boden der Realität unterwegs und Utopie klingt so nach Wolkenkuckucksheim. Nichtsdestotrotz diese Frage, welche Rolle nehmen Sie denn wahr im Moment für die Literatur nach innen, innerhalb der Ukraine? Gibt es da auch etwas wie eine gemeinsame Meinungsbildung, eine Orientierung zu geben, innerhalb dessen, was gerade an Horror und Schrecken passiert, eine Vision zu zeichnen von dem, was kommen kann, wofür es sich lohnt zu kämpfen, wie auch immer man es fassen will? Was beobachten Sie da, wie in dieser Form nach innen die ukrainische Literatur wirkt im Moment? Sie haben sehr richtig vorher gesagt, dass es tatsächlich heute verstärkter Bedarf gibt, nicht nur nach Literatur, nach Kultur allgemein, nach ukrainischsprachigen Kultur allgemein. Daher kommt wahrscheinlich die These, die orientalistische These, dass es dem Putin zu verdanken sei, aber das ist tatsächlich nur wieder eine Form von magischem Denken. Das ist tatsächlich so und es kommen Menschen heutzutage zu kulturellen Veranstaltungen in der Ukraine überall, nicht nur in Nürnberg oder Kiew, auch im Osten, wo es nicht immer ungefährlich ist, massenhaft. Ich habe Überlesungen gelesen, die in der U-Bahn stattgefunden haben und stundenlang 500 Menschen die Gedichte gehört haben, irgendwo in Kharkiv, die ukrainischsprachigen Gedichte. Das war natürlich nicht denkbar vor 22. Damals war die ukrainische Literatur eigentlich in diesem westlichen Ghetto, in der Westen der Ukraine und in Kiew. und genau und jetzt passiert das alles parallel. Es gibt Anthologien, die auf ukrainisch geschrieben werden, dann werden sie übersetzt. Es gibt mehrere Projekte, zum Beispiel aktuell machen wir eine Nummer, eine ukrainische Nummer von der Zeitschrift Die Horen. Das ist eine der bedeutendsten deutschen Zeitschriften, die noch China gegründet hat und wir bemühen uns, dass es natürlich über Krieg geht, dass wir viele aufnehmen, die an der Front gefallen sind, aber dass wir nicht nur über den Krieg sprechen und wir wollen das mit dem Motto von Martin Pollack benennen, die kontaminierten Landschaften. Martin Pollack hatte so ein Buch über Ukraine geschrieben, wo er über Schrecken des vorigen Krieges geschrieben hat und über diese leeren Felder, die kontaminiert sind, mit dem Ungesagten und Aufgeforschten und das wollen wir jetzt wieder aufgreifen und sagen, ja, die sind noch mehr kontaminiert und jetzt auch physisch. Es gibt sehr viele ähnliche Projekte dieser Art und es geht immer wieder um diese Vermittlungsrolle, Kulturvermittlungsrolle, die seit Jahren unser Schicksal geworden ist und das wir mit der Zeit auch bewusst annehmen und machen. Es gab auch jetzt eine Nummer von der polnisch-deutsch-ukrainischen Literaturzeitschrift RADA, dass wir seit vielen, vielen Jahren auf die Initiative von Viladezius, von einer polnischen Kulturinstitution, dreisprachige Literaturzeitschrift mit der aktuellen Texte aus deutschsprachigen, polnischen und ukrainischen Literatur, jeweils in allen drei Sprachen übersetzt. kein solches Projekt gab es seitdem und das hatte jahrelange Pause, jetzt hatten eine Nummer gemacht und es besteht eine Hoffnung auf die Kontinuierung und das ist enorm wichtig, weil solche Projekte führen zu weiteren Projekten, zu weiteren Verbreitungen, zu Wissen, zu Lesungen, zu Diskussionen, zu dem, was bleibt, dass man immer noch an diese Nummer angreifen kann und sagen, okay, 2014 haben wir das in Leipzig präsentiert und das haben wir gesagt und das ist jetzt übersetzt und das ist jetzt da und damit schaffen wir diese Lehrstellen ein bisschen kleiner zu machen, sonst bleibt uns nicht viel übrig. Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil Sie angesprochen hatten, hatten die Rolle der Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch in der Ukraine und ich denke, da fallen mir eben zwei Sachen ein, die ich, die für mich auch sehr wichtig waren, das war die Rolle zum Beispiel während des Maidan, wo gerade eben die Schriftsteller auch die nationalen Traditionen modernisiert und umgedeutet haben und dadurch ein politisches Angebot für alle gemacht haben, was Ukraine eigentlich ist. Also besonders faszinierend fand ich das, ich habe den Maidan sehr eng beobachtet, ich habe da auch viel drüber geschrieben und André Kurkow hat einmal so schön gesagt, dass der Maidan wie so eine Kosakenfestung ist, aber er hat dann nicht rekurriert auf diese übliche Folklore mit den Kosaken, sondern er hat dann eben gerade gesagt und er hat es wieder zurückgeführt auf dieses archaische Moment, Kosakentum heißt eigentlich, dass man sich in der Steppe unter schwierigen Bedingungen zusammenschließt und jeder tut was dazu nach seinen Fähigkeiten. Das ist übrigens der Kernmal gewesen, der ukrainischen Statuten für die Soldaten 1991, da gab es mal einen ganz tollen Minister, ganz kurz in der Ukraine, Verteidigungsminister, der vor der Frage stand, wie können wir diese Vielfalt unseres Landes integrieren und er hat genau darauf rekurriert und das hat der Maidan unter auch sagen wir Federführung oder der Innovationsbildung der Schriftstellerin eben ganz massiv vorangetrieben und das ist für mich eigentlich einer der faszinierenden Sachen, dass die Ukraine unter diesem Druck nicht in eine ethnozentrische Verengung gegangen ist, sondern dass sie die Kreativität hatte oder dass diese Ressourcen da waren, das zu öffnen und das war eigentlich ihre größte Resilienz und das ist auch das finde ich und was wir heute glaube ich sehen, was auch ganz wichtig ist, darüber müssen wir auch sprechen, der Krieg zentralisiert, der Krieg engt ein, der Krieg engt Freiräume auch des Sprechens ein, es ist so, es hat nichts mit der Ukraine direkt zu tun, es hat etwas mit dem Krieg an sich zu tun, denn es handelt sich hier um einen Vernichtungskrieg, gegen den man sich mit allen Mitteln wehren muss und wo wir die Ukraine neben allem voran der militärischen Unterstützung, das ist natürlich immer das ganz Wichtige, auch unterstützen müssen ist, dass wir rechtzeitig als Freunde denen helfen, die vor allem auch dafür eintreten, dass auch im Krieg das gewahrt bleibt, was wir so an der Ukraine schätzen, denn das ist ganz wichtig, denn diese Freiheiten, dieser Entwurf, der auf dem Mai dann entstanden ist und der auch von ihnen so unterstützt wird, ist einer der entscheidenden Motivationen auch zu überleben und zu sagen, wir glauben auch daran, dass wir gewinnen und das also daran auch zu denken, das ist glaube ich ganz wichtig. Wir haben auf diesen Panels in dieser Veranstaltungsform leider nicht die Möglichkeit zu überziehen, obwohl mir genauso wie Ihnen allen wahrscheinlich noch sehr viele Fragen auf der Zunge brennen. Lassen Sie uns deshalb den Abschluss nicht als Abschluss fassen, sondern möglicherweise als Sprungbrett und darauf zielt meine letzte Frage an Sie alle jetzt hinaus. Wir haben viel über die ukrainische Literatur gehört, darüber, was sie für eine Kraft und für eine Vorhersagekraft, für eine beängstigende Vorhersagekraft schon seit vielen Jahren hatte, gegenüber dem, was im Moment passiert. Was geben Sie uns, was geben Sie dem Publikum, mir allen mit als Lektüreempfehlung, um genau an der Stelle jetzt anzuknüpfen, an das, worüber wir jetzt heute auf diesem eindrucksvollen Panel gehört haben? Eigentlich ist das sehr übersichtlich, leider immer noch sehr übersichtlich, was man zur ukrainischen Literatur lesen kann. Die Zeitstiftrada, die ich erwähnt hatte, die steht online, das kann man lesen, ist frei zugänglich. Die meisten Bücher zur Ukraine werden bei Kleinverlagen sowie Fototapeter Verlag aus Berlin, der hier auch an der Messe ist, regelmäßig gebracht und das ist sehr zu empfehlen. Es gibt auch Angebot bei Sokamp, die bekannteren Autoren kommen daraus und ein österreichischer Verlag Heimon hat einen Schwerpunkt Ukraine, mehrere Bücher, unter anderem Andrei Kurkow herausgebracht. Es gibt auch andere Verlage, ich habe nicht alle genannt, aber wie gesagt, das Angebot ist immer noch leider sehr übersichtlich. Lesen Sie einfach, wir sind auf der Buchmesse. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, ich habe jetzt hier zufällig dabei, vom Juri Androchowitsch im Surkamp Verlag, der Preis unserer Freiheit, das sind Essays, also wenn Sie keinen großen Historiker, wir Historiker sind ja manchmal auch sehr unverdaulich, wenn Sie jetzt keinen Schinken zur Ukraine lesen wollen, wo man dann auch nachher schon im Einzelnen gar nicht mehr weiß, worum es geht, dann wenn Sie diese Essays lesen, dann haben Sie eigentlich einen Überblick, aber sehr gut formuliert, auch zum Teil humorvoll, grotesk und zum Teil auch bleibt einem vieles in der Kehle stecken, wo Sie nochmal nachvollziehen können oder reflektieren können, was sich in den letzten Jahren ereignet hat. Es gibt aber auch andere Sachen von Sahil Jardin, dass der Roman Internat, hätten wir den früher gelesen, hätten wir besser gewusst, dass im Donbass kein Konflikt herrscht, wie Herr Ik hier das gesagt hat, sondern ein vollumfänglicher Krieg. Ja, und ich würde ein Buch empfehlen, aber auch in einem anderen Kontext erwähnen, und zwar auch von dem von dir angesprochenen Sergei Jardin. Auf Deutsch heißt es Der Himmel über Kharkiv. Das ist eine Ansammlung seiner Tweets oder Posts aus der Zeit der frühen Zeit der Invasion. Warum ich das Buch erwähne? Rein literarisch mag es ein bisschen zeitgebunden einem Vorkommen, aber das ist nicht das Wichtige an dem Buch für mich. Als ich es las, fand ich eine erstaunliche und bewegende Analogie zu einem Thema, an dem ich sonst als Autor gearbeitet habe, an der Belagerung von Warschau im September 1939, der Wille trotzdem das volle Leben zu entfalten, kulturell, sozial, den Alltag zu kooperieren, sich zu mobilisieren. Das zeigte uns, das zeigte mir vielleicht eine seelische Ähnlichkeit im Temperament unserer Kulturnation, aber auch zeigte es mir die menschliche Fähigkeit, sich zu mobilisieren, das, was ein Psychiater Vis Expectation nannte, also die Kraft der Erwartung, die Widerstandsfähigkeiten und das ist mir ein Grund zu etwas, was ich gerne zu meinem, zu dem letzten Wort meiner Äußerung machen würde, zur Hoffnung. Danke. Wenn Sie es in einem Satz schaffen, dann gerne, wir müssen... Ich habe mich noch ein ganz wichtiges Buch erinnert, das ist praktisch die Fortsetzung dieser Diskussion, die wichtigsten Debatten über die Ukraine gibt es in einem auf Deutsch herausgebrachten Buch, Alles ist teurer als ukrainisches Leben, bei Fototapeta, da sind viele Essays aus ungefähr 22, die tatsächlich zu all den brennenden Punkten etwas zu sagen haben, empfehlenswert. Und wir schließen mit einer Bitte und einem Dankeschön. Die Bitte an Sie, nehmen Sie diese Tipps mit nach Hause und fühlen Sie sich inspiriert durch diese Literaturhinweise, auch durch unsere Debatte heute und das Dankeschön an Sie alle für die Teilnahme und für die sehr bewegende Gesprächsrunde. Danke. Vielen Dank.